Kennen wir uns? Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Wir sind die Haudegen von Grimfried. Ich habe das Gedächtnis verloren. Ha! Genau wie Boholt. Nach der Jagd auf den goldenen Drachen ist er gestolpert und hat sich den Kopf an einem Felsen angehauen. In der Schlacht ist er immer noch ein Tier. Aber sonst macht er nicht mehr viel außer Fressen und Scheißen. Nicht mal auf Frauen ist er noch scharf. Ich bezweifle, dass das eine Amnesie ist. Ich bin Häcksler. Den hier nennen sie Neuntöter. Und das da ist unser Kleiner. Der geht bei uns in die Leere sozusagen. War nicht viel mit Monstern in letzter Zeit. Da haben wir uns eben gemeldet. Und jetzt steckt der Kleine in dieser Wette. Hilfst du uns in der alten Zeiten, Will? Ich meine, klar waren wir alle ein bisschen wuppig. Aber wozu über vergossene Milchwein? So sehe ich's. Wir hätten dich und die Zauberin befreit. Und Boholt hat nur Witze gemacht mit dem Gequatsche von Vergewaltigung und so. Was für eine Vergewaltigung. Halt den Rand, Neuntöter. Der Hexer weiß es nicht mehr, wozu ihn großartig erinnern. Wir sind alte Bekannte und gut. Ihr wolltet einen Bekannten vergewaltigen? Nur die Zauberin. Du wolltest den Drachen töten, die Zauberin wollte ihn töten, die Bauern auch. Jeder wollte es. Aber nur einer konnte den Preis heimtragen. So gab es Streitereien, bisschen Dresche, ein Riesentheater eigentlich. Wir haben euch verschnürt, also die Zauberin und dich, und sind dem Drachen nach. Aber der hat uns windelweich geklopft. Ein halbes Jahr haben wir uns die Wunden geleckt. Ihr konntet euch jedenfalls irgendwie befreien. Wer war diese Zauberin? Sie hatte rabenschwarzes Haar. Neuntöter, weißt du noch, wie sie hieß? Äh, Konifere, so ähnlich. Also Hexer, hilfst du deinen alten Bekannten?